Hallo, hier ist der Lanze und heute möchte ich mal so eine kleine Danksagung persönlich per Video an das Tin Whistle Zentrum, speziell dort an den Herrn Josef sagen. Und in dem Zuge möchte ich gleich das neueste Modell der Merlin Excalibur Low in D, die ich hier in meinen Händen halte, vorstellen. Denn es gibt seit kurzem dieses neue Modell. Die Verbesserung an diesem Modell ist, man sieht es vielleicht schon von Weitem, ist hier das Schiebestück gegenüber der alten Ausführung. Das ist nicht mehr aus Kunststoff, das ist jetzt aus Metall und das lässt, finde ich, zumindest ein bisschen edler erscheinen. Die Whistle selber sehr, sehr leicht, sehr gut spielbar für mich gerade als Anfänger. Und verglichen mit meiner vorhergehenden Chieftain, die ich hatte, ist der einzige Unterschied gewesen der Lochabstand zwischen diesen beiden Löchern hier. Der ist hier bei der Merlin ein klein wenig größer, stört mich persönlich aber überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich finde die ein bisschen richtig gut, sehr, sehr gut spielbar für mich und einen wirklich schönen, angenehmen Klang, einen weichen Klang, einen schönen, rauchigen Klang, worauf ich immer großen Wert lege. Ich zeige es mal so von Weitem. Was mir auch sehr gut gefällt, ist hier oben dieses doch abgerundete Mundstück. Das liegt wirklich sehr, sehr gut für mich persönlich am Mund. Und das ist dann auch hier, man sieht es vielleicht von Weitem, ich halte es mal etwas hin. Das hat unten so eine Kunststoffeinlage. Und wie gesagt, ich finde, verglichen mit meiner Chieftain, die ich vorher hatte, dass gerade das Mundstück aus meiner Sicht, also für mich macht sich das hervorragend. Und ich muss wirklich sagen, ich bin mit der Whistle absolut sehr, sehr zufrieden. Und will noch eine kleine Story dazu erzählen, wie ich überhaupt zu diesem neuesten Modell gekommen bin. Denn ich bin, so hat es der Herr Josef mir zumindest gesagt, der Erste in Deutschland, der die Merlin, das verbesserte Modell der Excalibur in den Händen hält. Und die Story hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich sitze am Freitag an meinem PC in der Nacht, so gegen halb elf. Habe mich dann kurz entschlossen, für die Merlin Excalibur für den Kauf entschlossen. Habe dann dort meine Zahlung getätigt per PayPal. Und es dauert nicht lang, da klingelt mein Telefon, mitten in der Nacht halb elf. Und wer ist dran? Der Herr Josef. Fand ich schon erstmal toll, mich überhaupt anzurufen. Und er hatte mir in dem Zuge, dass er mich angerufen hat, wollte er mir vorschlagen, weil er gerade die ersten vier Modelle dieser neuen Merlin Excalibur bekommen hat. Hat er bei mir angefragt, ob ich denn nicht das neueste Modell haben möchte und nicht das ältere Modell. Und hat die Whistle natürlich auch sehr gelobt und da hatte er nicht Unrecht. Und ist natürlich klar, habe ich natürlich das neueste Modell genommen. Er hat es dann gleich am nächsten Tag, sondern am Vormittag verschickt. Und Montag war die Whistle bei mir zu Hause. Ausgepackt, gespielt, super tolles Instrument. Bin ich wirklich sehr begeistert. Und an der Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön an den Herrn Josef, dass er sich solche Mühen macht um seine Kunden. Okay, es war Zufall, er war sicherlich gerade online. Aber fand ich wirklich toll, dass er mich da angerufen hat und mir den Vorschlag gemacht hat, diese neue Excalibur als neues Modell zu bekommen. Und wie gesagt, er hat mir schon gesagt, per Mail gerade heute, ich bin sozusagen der Erste, der in Deutschland dieses neue Modell in der Hand hält. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank an die Firma Tim Whistle, an den Herrn Josef dort speziell. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, der irgendwann eine Whistle kaufen will, eines dieser Instrumente, was dort im Laden geführt wird, sich vertrauensvoll an den Herrn Josef zu wenden. Super tolle Beratung. Man merkt, hier wird man nicht irgendwo über den Tisch gezogen. Hier wird man wirklich richtig beraten. Und der Herr Josef versucht im Gespräch herauszufinden, welches vielleicht das optimale Modell für einen persönlich wirklich ist. Und das finde ich wirklich toll. Also von daher, Tim Whistle Zentrum, Herr Josef, mein großes Dankeschön und Empfehlung an alle. Ist klar, natürlich wollen jetzt sicherlich einige hören, wie klingt denn die Whistle. Und ich habe da ein kleines Stück vorbereitet. Ist einfach eine kleinere Improvisation, die ich auf meiner Workstation hier mal schnell zurechtgeklimpert habe. Und da werde ich jetzt halt mal mich dran machen und mit der neuen Whistle eine kleine Improvisation spielen. Wie gesagt, ich bin nicht der absolute Profi. Ich kann schnelle irische Stücke. Da sieht es bei mir noch ganz, ganz schlecht aus. Aber ich mag eh mehr die ruhigen Titel, die ruhigen Songs. Und deswegen habe ich ja auch einen etwas relativ ruhigen Song auf meinem Motiv erstellt. Und da werde ich jetzt im Anschluss dann mal eine kleine Improvisation auf der neuen Merlin Excalibur Low Whistle spielen. Also dann, bis gleich. Und da sagte ich mir wieder, ich bitte zu den nächsten Mal. Vielen Dank.